Willkommen in einer neuen Folge von Draschbassen ohne den dritten. Ja, heute, also die Draschbassen eigentlich. Und heute gehen wir zum Toysladen. Auf jeden Fall habt ihr Bock im Toysladen zu gehen. Und ich bin der schnellste Mensch in der Welt. Und Dez Haus. Oh mein Gott! Ein Rad und Ein Rad. Oh mein Gott! Wie sehr ein weiterer Kein. Oh mein Gott! Das ist so schön! Ich hab mir hier alles aufgelenkt, aber ich habe mir wirklich sehr viel gebrochen. Hallo, das war das, was ich hier leben? Oh, das war's. Ich hab' mich erwischt. Oh, 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 oh. Ich hab' mich viel mit dem. Oh, oh, oh. Das ist alles, das ist alles. Das ist alles. Das macht das voll. Das ist gut. Es ist so schlimm, sie sind so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich hab's verstanden. Abtahal! Du hast ja die Hörstel, ich hab's gut. Du bist so wie du, oder? Ich hab' genug, bitte. Siehst du wie ich die Treufe habe? Ne? Voice in my head, in my bed, filled with you instead Take your time, work my mind, and I'll play with you Play pretend it's all true Follow me down, listen around to that deep dark sound Don't doubt me, babe, you make me wanna change Break my bed to make me wanna stay I can't, back me, babe, you make me love the pain Break my bed to make me wanna stay I can't, when you say you like that, oh-oh-oh Got me falling right back, oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh When you say you like that, oh-oh-oh-oh Got me falling right back, oh-oh-oh When you say you like that, oh-oh-oh-oh Let me fuck you right back, oh-oh-oh-oh Let's begin Kevin, Kevin, I'll show you the right thing Okay, I'll show you the flip Okay, I'll show you the flip Okay, I'll show you the flip And? Oh shit, Leute, das ist so geil, diese Pool-Party Das ist doch kein Pool-Party So, Leute, auf jeden Fall Junge, das ist das da Oh, Mann, nein Warte, hier gibt es sowas hier? Leute, hier gibt es noch mehr Kinderbände oder was weiß ich, was ist denn? Ich schlafe jetzt Spaß Und ich dusche Oh mein Gott, hier gibt es ein PC, einfach ein PC Und, oh, hier ist die Lili Oh mein Gott Oh, ist die Lili am Start? Nein, sie hat ihr Haus geschlossen Ich hätte drangeholt Okay, Leute, das war's mit dem Video Oh, ich fliege Okay, das war's mit dem letzten Video Wenn es euch gespannt hat, dann lassen wir jetzt einen Like da Abonniert unsere Challenge Und wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn wir ein Comedy-Video machen Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute Ciao